Ich habe zwei Rauschgifterlebnisse. Was mich interessiert, ist der Charakter eines Menschen. Und wenn der okay ist, mag ich ihn. Egal, ob er Türke oder Deutscher ist. Die reichen Leute gucken alle so vergriest. Und die sind alle so schlecht gelaunt. Ich weiß gar nicht, warum, ehrlich gesagt. Es bleiben immer die gleichen Freier, denen ihr... ...einen lutschen müsst. Es gibt ein Missverständnis in unserer Gesellschaft. Du gehst als seriös, nur wenn du langweilig bist. Und das muss endlich mal aufgelöst werden. Man kann auch unterhaltend sein und trotzdem seriös sein. Kann ein Land sich gut entwickeln, das von Kriegen und Krisen lebt? Und diese Frage stellen sich diese jungen Leute auch. Rap ist TV. Guten Tag. Rap ist heute aus dem Bundestag. Mein Name ist Jule und neben mir sitzt Gregor Gysi. Hallo. Hallo, Jule. Ich möchte Ihnen jetzt erst mal im Namen des deutschen Raps die Faust noch mal geben als Begrüßung. Ja. Es ist aber nur ein Fäustchen. Es ist nur ein Fäustchen, ja. Okay, ich... Ich staune, ich staune. Ja, ich staune auch. Aber wissen Sie, das habe ich wieder nur erkannt, weil Sie so ein Fäustchen haben. Sonst wäre mir das gar nicht aufgefallen. Ja, jetzt ist die Frage, ob Sie eine zu große oder ich eine zu kleine Hand habe wahrscheinlich. Das wollen wir jetzt nicht erklären können. Es sei denn, wir erklären mich zum Richter dann. Okay. Ich möchte ganz kurz erst mal erzählen, wie das Interview zustande kam. Und zwar habe ich Sie auf Facebook angeschrieben und Sie haben mir aus dem Urlaub zurückgeschrieben und meinten, also wir treffen uns ja heute, um einen Songtext oder zwei Songtexte von Kai Zett zu interpretieren. Und Sie meinten, dass Kai Zett die absolute Spitze ist, so haben Sie es genannt. Ist das was Positives oder eher was Negatives? Nein, also erstens habe ich festgestellt, dass Sie für diese Art der Musik erstaunlich musikalisch sind. Also es hat sogar liedhafte Momente. Das ist ja nicht so sehr typisch. Zweitens habe ich diesen jungen Mann gesehen, der da im Studio sitzt. Der hat ja eine so raue Stimme, da kann man ja schon neidisch werden, wenn man die nur hört, sage ich mal. Das gefällt mir. Drittens ist es eine völlig neue Generation und die die Dinge natürlich zuspitzt, viel schroffer formuliert, als ich es je täte. Aber genau das muss ich Ihnen auch zubeligen, weil Sie mit den Problemen konfrontiert werden, die wir alle nicht gelöst haben. Das ist auch die Schuld meiner Generation. Okay, sehr ernste Themen heute. Kannten Sie Kai Zett, also Sie haben ja auch Kinder. Kennen Ihre Kinder auch Kai Zett? Haben die jetzt dann auch gesagt, super, dass du dich da auch mal zu äußerst? Oder woher, wo ist Ihnen das zum ersten Mal begegnet? Also meine Kinder haben ja sehr unterschiedliches Alter. Der eine ist schon über 50, der andere wird 45, das können sie alles vergessen. Aber meine Tochter, die ist 19 und da sieht das natürlich schon ganz anders aus. Und das war auch das Schöne, dass ich sie noch bekommen habe. Also für mich das Schöne, für sie weiß ich gar nicht, weil ich einen Zugang zur neuen Musik hatte, die die Denk- und Lebensweise dieser neuen Generation kennengelernt habe. Sonst hätte ich das ja gar nicht gewusst, alles ehrlich gesagt. Und ich konnte immer mit Rap ein bisschen wenig anfangen, weil dieser Sprechgesang mir eher ein bisschen auf die Nerven ging. Aber ich rede zweimal im Jahr immer zur Jugendweihe und da waren immer auch Rapsänger und vor allen Dingen Tänzer. Und dann habe ich festgestellt, ja je öfter man es hört, desto stärker gewöhnt man sich dran und kann dem dann auch was abgewinnen. Also selbst in meinem hohen Alter, fängt man dann an und sagt plötzlich, ja es hat doch einen eigenen Rhythmus, es hat auch eine eigene Aussagekraft. Rap ist eben was völlig anderes als, sagen wir mal Rock'n'Roll in meiner Kindheit oder dann auch die ganze Disco-Musik, die später kam oder die Popmusik. Na und vom Schlager will ich nur schon gar nicht sprechen. Okay, heute geht es ja auch um KIZ und KIZ kennt man ja eigentlich mehr durch Martin Sonneborn, der da mit der Partei, die Partei das so ein bisschen abgegriffen hat. Ärgern Sie sich da manchmal, dass Sie da vielleicht nicht zuerst KIZ zu sich ins Lager geholt haben? Ich weiß es nicht, weil das auch sehr anstrengend wäre, glaube ich, beides. Also bequem sind die ja nun nicht gerade und insofern gönne ich sie eigentlich auch dem Vorsitzenden der Partei, die Partei. Wobei mit dem hatte ich ja auch mal in einer Kneipe ein Gespräch und da hatte ich viel Respekt, weil ich dachte, dass der mich die ganze Zeit verarscht und ich nicht wusste, wie ich denn darauf eingehen soll und so, aber es war eher harmlos, muss ich sagen. Und was mir aber an ihm und der Partei imponiert, wirklich imponiert, ist eine Persiflage so zu organisieren. Verstehen Sie? Und ich saß mal zusammen mit einer Kandidatin der Partei, die Partei und dann war FDP dabei und SPD und CDU und Grüne und Icke in meinem Wahlkreis. Und der Witz war, dass sie natürlich nur satirisch antworten kann, anders geht das ja gar nicht. Und dann wurde sie gefragt, wieso sie der Mitglied des Bundestages werden will. Und dann sagte sie sofort, na, wegen der Diäten, ist doch ganz klar, ich will endlich die Diäten verdienen. Und dann regte der sich von der FDP so auf und da sage ich, mein Gott, das ist doch Satire, sie kann gar nicht anders antworten. Aber da habe ich festgestellt, das Verständnis für Satire ist noch begrenzt. Und insofern ist die Partei, die Partei schon relativ wichtig, um uns das beizubringen. Okay, dann kommen wir jetzt mal zu dem Text. Darf ich noch was dazu sagen? Nur eine Sache, wissen Sie, es gibt ein Missverständnis in unserer Gesellschaft. Du giltst als seriös, nur wenn du langweilig bist. Und das muss endlich mal aufgelöst werden. Man kann auch unterhaltend sein und trotzdem seriös sein. Und deshalb müssen wir ein bisschen gezwungen werden, Satire zu begreifen, Humor zu begreifen, auch mal Zugespitztes zu hören, wo man einem so im Moment das Herz stehen bleibt, wenn man das anders ausdrückte. Oder Bilder, die sind ja auch zum Teil brutal, die Bilder, die man dort sieht. Aber das Leben ist auch so brutal. Okay, ich würde sagen, wir machen das jetzt so, also wir haben uns zwei Lieder ausgesucht. Einmal Hurra, die Welt geht unter und Boom, Boom, Boom. Und wir fangen jetzt bei Hurra, die Welt geht unter an. Wir haben als Redaktion so ein bisschen Ihnen Textzeilen angestrichen, die Sie lesen können und auch was dazu sagen können. Ich hätte auch ein paar Fragen, aber vielleicht können Sie das auch selber so ein bisschen von sich heraus interpretieren. Okay, der erste Teil, wollen Sie den lesen oder das, was markiert ist? Das muss ich doch nicht, oder? Den kennen doch alle, oder? Muss ich das wirklich nochmal vorlesen? Nee, das müssen Sie nicht mehr vorlesen, ist auch okay. Also ich würde mal sagen, der erste Satz ist ja schon sehr klug. Kleidung ist gegen Gott, wir tragen Feigenblatt. Weil damit wird gesagt, dass der Mensch natürlich ja anders geschaffen worden ist. Und alle Sittenregeln, die wir erfunden haben, haben ja nichts mit unserer Natur zu tun. Wir gehören ja zum Tierreich, sind ein Säugetier, das vergessen ja auch viele. Und das fällt dir nur bei wenigen sexuellen Gelegenheiten wieder ein. Aber wir sind letztlich ein Säugetier. Und ergo müssen wir uns immer wieder fragen, welche Regeln wir uns da gegeben haben, welche Sinn machen, welche keinen Sinn machen. Nun möchte ich nicht, dass unsere ganze Bevölkerung nackend rumläuft. Ehrlich gesagt, das wäre, glaube ich, nur ein begrenztes Vergnügen. Aber abgesehen davon, dass man sich das immer mal wieder fragt, dass man eigentlich immer weiß, dass das was Wiedernatürliches hat, finde ich spannend. So, ich finde das auch witzig, die Zeile und die Alten erzählen vom Häuserkamp, weil das sind wirklich die Alten, das ist so aus ihrer Jugend. Und dann kriegen sie nochmal so ein leichtes Flunkern im Auge, ja, an ihre kleinen, klitzekleinen, revolutionären Momente. Wenn sie daran erinnert werden, finde ich witzig. Die nächste Zeile interessiert mich ja besonders beim Barbecue in den Ruin der Deutschen Bank. Also in so einem apokalyptischen Deutschland, da würden sie auch ihr Steak in die Ruin der Deutschen Bank beim Barbecue legen. Oder gibt es einen Ort, wo sie noch lieber ein Barbecue machen würden? Nein, die Deutsche Bank ist schon ein Lieblingsort. Weil das liegt einfach daran, dass die großen Banken so mächtig sind, dass sie doch entscheiden, was die Kanzlerin macht und nicht die Kanzlerin entscheidet, was die Banken machen. Das ist umgedreht. Das geht überhaupt nicht. Deshalb kritisiere ich das immer wieder. Ja, löchrige Leuchtreklame finde ich auch ganz gut, weil die mir zum Teil auch auf die Nerven geht. Das heißt, die Einzige, die ich liebe, ist die in New York, weil das hat ja nun schon wieder was. Bloß da war ich jetzt in einem Hotel, na jetzt, also es ist schon wieder ein Jahr her, und ich dachte irgendwann, nachts schalten die die mal aus. Aber das ist ja ein schwerer Irrtum, das flackert und flutscht dort ja 24 Stunden. Ich finde, wir haben es maßlos übertrieben. Na ja, eine brennende Deutschlandpfanne, da bin ich wieder dagegen. Ich will Ihnen auch sagen, warum. Also ich bin zwar gegen Nationalismus, gegen jede Form von Nationalismus und hatte, wie ihr auch, auch so ein gestörtes Verhältnis. Also ich mochte nicht beim Fußball, wenn die so mit der deutschen Fahne im Gesicht kamen und alles sowas. Und ich hielt das auch immer für was Rechtes. Und komischerweise stört mich das ja nicht bei Holland und nicht bei Frankreich und so weiter, sondern nur bei den eigenen. Und dann war ich zur Fußball-Weltmeisterschaft. Und da kamen lauter junge Männer an, die waren alle so angemalt, sahen mich und sagen, Gysi ist unser Fußballgott. Also das finde ich schon mal eine wichtige grundsätzliche Entscheidung, die sie da getroffen haben. Aber was ich wirklich meine ist, die waren ausgesprochen freundlich zu mir. Die hatten gar nicht was gegen was Linkes. Da habe ich mir gesagt, muss ich mein Verhältnis auch noch mal überdenken und lass es jetzt laufen. Die Fahne ist nicht mehr mein Problem. Okay. Aber ich weiß schon, was damit gemeint ist. Wir dürfen Nationalismus wirklich nicht zulassen. Wissen Sie, als ich mal ein Wahlkreisbüro eröffnete, kam ein ganz leicht angetrunkenes Mitglied der NPD und fragte mich, ob ich demokratisch sei oder nicht und auch ihm eine Frage beantworte. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja pass auf, dann schließen wir einen Vertrag. Sie stellen eine Frage, Sie kriegen eine Antwort und danach gehen Sie. Und dann sagt er, okay. Die ganzen Journalisten standen dabei. Und dann fragte er mich, ob ich denn nicht verstehen kann, dass er die Türken nicht leiden kann. Das war dann so eine hochintelligente Frage. Was war Ihre Antwort? Ja, dann habe ich gesagt, muss ich erst eine Gegenfrage stellen, können Sie mich leiden? Da sagte er, nein. Sag ich, ich Sie auch nicht. Aber nun sind wir doch beide Deutsche. Und dann sage ich, merken Sie nicht, dass Sie die unwichtigste Frage aufwerfen, die nach der Nationalität. Was mich interessiert, ist der Charakter eines Menschen. Und wenn der okay ist, mag ich ihn. Egal, ob er Türke oder Deutscher ist. Und wenn er nicht okay ist, mag ich ihn nicht wiederum egal, ob er Türke oder Deutscher ist. Und da fanden die Medien, dass sich das doch ganz gut gelöst hätte. Dann ging er auch. Aber ich glaube nicht, dass ich ihn überzeugt habe. Aber deshalb, das verstehe ich. Das ist mir auch wichtig. Der Kampf gegen Nationalismus ist wichtig. Aber Sie dürfen eins nicht unterschätzen, was der Rechtsextremismus, gerade auch jungen Leuten, aber nicht nur jungen, auch der Mitte der Gesellschaft, allen anbietet. Nämlich ein Selbstwertgefühl zu Nulltarif. Weil er ja sagt, du bist mehr wert als Milliarden Menschen, weil die eine andere Nationalität haben. Die hast du ja schon mit der Geburt. Also kannst du stolz sein. Und wir? Was sage ich den jungen Leuten? Sie müssen was leisten, um stolz sein zu können. Das ist doppelt so anstrengend. Wir müssen uns wirklich Gedanken machen, wie wir jungen Menschen und auch anderen zu mehr Selbstgefühl verhelfen, damit sie nicht reinfallen auf dieses rechtsextremistische Angebot, allein schon aufgrund ihrer Nationalität sich mehr wert zu fühlen, als sie es sind. Okay, ja, das ist eine sehr schöne Aussage. Jetzt kommt der zweite Teil, der ein bisschen auch was mit Marihuana zu tun hat. Ein Thema, zu dem Sie sich ja auch schon geäußert haben und gesagt haben, Sie sind für die Legalisierung von Cannabis. Wie ist es denn, wenn Ihnen, also alles erst, wenn es natürlich legal ist, würden Sie dann einen durchziehen? Ich glaube nicht mehr. Ich will Ihnen sagen, ich habe zwei Erlebnisse. Ich habe zwei Rauschgifterlebnisse und zwar das eine war, als ich 1990, ich glaube es war in Köln, ich weiß nicht mehr, in einer großen Halle war und da gequatscht habe natürlich. Und dann wurde ich plötzlich gefragt, dann gibt es ja immer so Fragerunden und dann wurde ich gefragt, wie ich denn zu Rauschgiften stünde. Und da ich ja aus der DDR kam, die gab es sogar noch zu der Zeit, hatte ich keinen blassen Dunst davon, weil es die nicht gab. Und da habe ich gesagt, also ich verspreche euch, ich beschäftige mich theoretisch damit und beim nächsten Mal kriege ich dann eine Antwort. Und als ich ging, kam ein junges Mädchen auf mich zu und sagte hier, ich habe was für Sie und drückte mir was in die Hand. Na gut, ich habe das eingesteckt, nachher habe ich es ausgewählt, da stand nicht theoretisch studieren, ausprobieren. Und dann lag da eine Haschelzigarette drin. Nun war ich wahnsinnig aufgeregt, jetzt hatte ich das erste Mal in meinem Leben eine Haschelzigarette. Und dann, es gab ja noch die Grenze DDR-BRD, dachte ich, mein Gott, wenn sie dich erwischen, du wirst wieder zur Schlagzeile in der Bild-Zeitung und so. Hatte ich also viel Respekt, habe trotzdem geschmuggelt und kam dann zu meiner Lebenspartnerin. Und drei erwachsene Kinder waren auch dabei. Und dann haben wir zu fünft diese Haschelzigarette mutig geraucht. Das heißt, jede Einzug, Wirkung null. Jetzt kommt mein zweites Erlebnis. Ich war im Fanklub vom FC St. Pauli. Lauter linke Sprüche gefiel mir alles gut. Ich konnte natürlich nichts sehen. Und die waren noch erste Bundesliga und haben 2 zu 0 gewonnen. Also das war schon erstaunlich. Ich habe die Tore zwar nicht gesehen, aber ich habe es mitbekommen, gehört. Und als ich rauskam aus dem Fanklub, war mir so schlecht wie nie vorher und nachher in meinem Leben. Und ich habe mich immer gefragt, wieso mir so kotzübel ist. Bis mir klar wurde, die hatten um mich herum natürlich nicht geraucht, wie ich dachte, sondern die ganze Zeit gekifft. Und ich habe das ganze Zeug mit eingeatmet. Und da war mir so schlecht, dass ich gesagt habe, Gysi, das ist nichts für dich, lass es bleiben. Aber ich habe nichts dagegen, es zu legalisieren. Ich finde wieder, kommen wir zurück, Kleidung ist gegen Gott, wir tragen Feigenblatt. Das ist wieder nur eine Kulturfrage. Alkohol lassen wir zu, versuchen Kinder und Jugendliche zu schützen, ist ja auch richtig. Und bei Haschisch machen wir so ein Affentheater, kann ich nur sagen. Dadurch werden übrigens auch die Falschen reich. Weil die, die das illegal handeln, kriegen natürlich viel zu viel Geld. Aber ich habe das ja schon mal gesagt und habe gesagt, verweiche Drogen gegen harte. Und dann kriege ich viel Briefe, wieso ich harte Drogen anders behandle. Alkohol sei auch eine harte Droge. Das stimmt. Ich habe nur eine Überlegung. Sie können mich ja auch versuchen, vom Gegenteil zu überzeugen. Ich möchte nicht, dass wenn man jung ist, dass man etwas nimmt, wovon man abhängig wird. Denn Abhängigkeit zerstört mein Selbstbestimmungsrecht. Und da ich Leute kenne, die davon abhängig sind, sie auch erlebt habe, habe ich dabei kein gutes Gefühl. Aber wenn jemand abhängig ist, dann würde ich es ihm per Rezept sozusagen verschreiben. Er muss das dann bekommen, bezahlbar bekommen, weil alles andere ihn ja nur zu einer furchtbaren Kriminalität zwingt. Weil er ist ja abhängig. Also wird er ja dafür sorgen, dass er das Zeug kriegt. Aber ich bin da noch beim Nachdenken. Bloß ich möchte diese Abhängigkeit möglichst nicht. Aber wenn Sie jetzt von einer Abhängigkeit reden, ist es doch eigentlich beim Alkohol genau dasselbe. Also mit einem Unterschied, was interessant ist, es gibt ja unterschiedliche Forschungen. Vom Alkohol wird man nicht abhängig, weil man viel trinkt oder wenig trinkt, sondern das ist letztlich mein mancher angeboren. Das heißt, die eine oder der andere, die werden abhängig und der nächste kann saufen, so viel er will. Er wird nie abhängig. Und das ist der Unterschied, dass bei harten Drogen es so ist, dass du wirklich nur über die Droge abhängig wirst und dann wohl jeder. Das heißt, es ist noch eine andere Konstellation als beim Alkohol. Sonst verstehe ich das Argument schon. Ja, und das will ich nicht. Und deshalb mache ich diesen Unterschied. Okay, jetzt muss ich Sie leider ein bisschen weiter drängen, weil wir haben noch so viele Passagen. So, die nächste Passage. Du willst einen rauchen. Ja, das ist dann die zweite und dann werden wir die hier. Das ist übrigens auch sehr schön und sehr interessant. Also erstens, Geld ist ja eine künstliche Erfindung. Man hat ja Geld nur erfunden, um den Tausch zu erleichtern, weil immer dieser Schinken gegen ein Stück Speck und so, das war alles ein bisschen schwierig, auch vom Wert her. Und dann hat man Geld erfunden, was natürlich in gewisser Hinsicht eine geniale Erfindung ist und gleichzeitig furchtbar. Also wie immer bei genialen Erfindungen hat das auch seine furchtbaren Seiten. Deshalb finde ich es schön, also zu singen. Man kann sich auch mal vorstellen, es gibt wieder gar kein Geld mehr. Man muss wieder in ganz anderer Form in den Austausch miteinander treten. Dann haben es natürlich Juristen wie ich sauschwer. Ja, ob wir dann was kriegen, weiß ich gar nicht. Was haben wir schon zu bieten? Blöde Gesetze. Aber ich will nur sagen... Wissen. Ja, das ist interessant. Und das Nächste, was ich auch gut finde, ist, dass ein Goldbahn den gleichen Wert hat wie ein Ziegelstein. In Wirklichkeit etwas weniger, weil der Ziegelstein ist ja immerhin bearbeitet, der Goldbahn nicht. Der Goldbahn ist ein genauso zufälliger Fund wie das Finden von Steinen. Mit einem Unterschied, dass Gold seltener vorkommt als andere Steine. Aber allein, weil etwas selten ist, muss es ja nicht wertvoller sein. Verstehen Sie? Und ich weiß natürlich den Wert von Gold und ich weiß auch, dass es schön aussieht. Haben Sie irgendwas Goldenes? Selber zumindest bei dem Ring, ne? Ja. Also mit anderen Worten, das weiß ich alles. Ich habe auch nichts dagegen, aber ich finde es wieder wichtig, dass hier uns gesagt wird, Leute, im Kern ist es eigentlich gar nicht mehr wert. Wir haben daraus gemacht, dass es mehr wert ist. Da habe ich jetzt gleich eine Frage, die wollte ich Ihnen eigentlich später stellen. Aber Sie sind ja bekanntlich schon so ein bisschen ein Lebemann, wenn man das so sagen kann, ein Lebensgenießer. Ich unterstelle Ihnen das jetzt mal. Wenn Sie jetzt von Goldbahnen und Ziegelsteinen reden, ich finde es so ein bisschen paradox, wenn Sie sagen, gerade weil Sie, Sie haben mal gesagt in einem Interview, glaube ich, dass Sie Luxus mögen und dass Sie es nicht ertragen können, dass es nicht für alle zugänglich ist oder dass nicht alle das bekommen können. Aber macht das nicht genau Luxus aus, dass es nicht alle bekommen können, dass eben die Ziegelsteine tausendmal öfter auf der Erde sind als die Goldbahnen? Ja, ich sage ja, weil es selten ist und weil es glänzt und schön aussieht, hat der Mensch entschieden, es als hochwertig einzuschätzen. Aber nicht das Gestein hat das entschieden. Verstehen Sie, es ist nicht an sich mehr wert, sondern der Mensch hat das entschieden. Aus welchen Gründen auch immer, die kann man respektieren oder nicht respektieren. Es ist so, ich bin, was viele Sachen betrifft, da will ich auch gar keinen Luxus. Also ich war mal in so einem richtig reichen Ort, also ehrlich gesagt, da würde ich mich nie wohlfühlen. Erstens, die reichen Leute gucken alle so vergrießt und die sind alle so schlecht gelaunt. Ich weiß gar nicht, warum, ehrlich gesagt. Und das würde mir gar nicht gefallen. Was ich gerne mache, ist zum Beispiel, ich gehe ganz gerne gut essen, aber nicht in diese ganz vornehmen Restaurants, die finde ich eher langweilig. Also ein bisschen rustikaler macht mir viel mehr Spaß und dann gutes Fleisch oder guten Fisch und so, das ist schon was Wunderbares. Oder ich trinke auch ganz gerne guten Weißwein. So, das will ich, aber was ich eigentlich sagen wollte, ist was anderes. Menschen, die sich nichts gönnen, gönnen in der Regel auch anderen nichts. Die sind mir schon mal unheimlich. Und ich hatte ja mal dieses provokative Plakat, Reichtum für alle. Das war wirklich witzig. Also so viele Briefe habe ich noch nie für ein Plakat bekommen. Und zwar regten sich auch viele darüber richtig auf. Und ich habe immer gesagt, ich habe die Argumente permanent gewechselt. Also das macht mir dann natürlich auch Spaß. Dann habe ich gesagt, also sie sind für Armut für alle. Zum Beispiel ein Argument. Oder mein nächstes Argument, ja wie kommen Sie denn auf materiellen Reichtum? Ich meinte an Bildung, Kultur, Gesundheit. Dann habe ich es aber auch wieder mit dem materiellen Reichtum gemacht und habe gesagt, naja, sehen Sie mal, wenn man den überzogenen Reichtum abschaffte und wir die Armut überwinden, dann sind wir doch alle reich. Das ist doch das, was ich damit meine. Und dann habe ich immer auf etwas hingewiesen, was mir wichtig ist, dass man auch als Egoist gegen Armut kämpfen kann. Und zwar, weil ich mich nicht wohlfühle, wenn ich von Armut umgeben bin. Und da ich mich gerne wohlfühle, kämpfe ich schon deshalb gegen Armut. Aber natürlich nicht nur deshalb, sondern auch weltweit. Weil es ist ja ganz einfach, das merken wir ja jetzt, wenn man Weltprobleme nicht löst, bekommt man sie nach Hause. Die nächste Zeile spielt auch noch so ein bisschen auf dieses Lied ab, aber ich finde sie sehr schön. Und zwar, es geht ja um das apokalyptische Deutschland. Und da steht jetzt, ich zeige den kleinen Monopoly, doch Sie verstehen es nicht. Ein 100-Euro-Schein, was soll das sein? Wieso soll ich dir was wegnehmen, wenn wir alles teilen? Wäre das für Sie so, dann könnten Sie sich zurücklehnen, oder? Wenn Kinder so denken würden, in der Zukunft. Ja, ich würde mich nicht zurücklehnen, schon gar nicht, wenn Sie neben mir sitzen, weil das ja in jeder Hinsicht missverständlich ist. Ich bleibe natürlich aktiv, verstehen Sie? Aber, aber, die Einstellung wäre toll. Und das ist auch das kapitalistischste Spiel, was ich kenne, Monopoly, aber schon deshalb macht es mir Spaß. Und zwar macht es mir Spaß zu sehen, wie sich der Charakter während des Spiels verändert. Ja, wenn die Menschen Geld haben, dann werden sie plötzlich böse. Plötzlich zum Kapitalisten wirst, ja, und so. Und ich muss das ja immer mit einem gewissen Humor machen, wenn ich die Schlossstraße besitze und jemand kommt drauf und ich sage, wie hoch die Miete ist, sage ich ja, Sie hätten ja nicht so vornehmen wohnen müssen. Wenn Sie sich diese Gegend aussuchen, ist es halt etwas teurer. Gutes Argument. So, jetzt haben wir noch das zweite Lied. Boom, boom, boom. Das fangen wir mit dem ersten Satz mal an. Dann vor der Glotze, sauer auf die Scheiß-Sozial-Schmarotzer, anstatt auf den Chef, der mit dem Geld aus eurer Arbeit seiner Tochter noch einen Lamborghini kauft. Alter, dann verdient ihr es auch. Doch ihr regt euch lieber über Brangelina auf. Brangelina ist Brad Pitt und Angelina Jolie. Das wollte ich nochmal kurz einwerfen. Brad Pitt und Angelina Jolie, das sind zwei Schauspieler und die sind zusammen Brangelina. Also, ich erziele Ihnen ein Erlebnis, wo ich diese Erkenntnisse in anderer Form vermittelt habe. Als wir noch die PDS-Gruppe in Bonn waren, mieten wir den Saal in NRW und ich fuhr da hin und hielt es so meinen üblichen Vertrag und merkte, ich komme da überhaupt gar nicht an. Also, es hatte gar keinen Sinn. Gut, später habe ich erfahren, das war die einzige Gegend, wo überwiegend Republikaner gewählt wurden und ich bekam dann auch mit, das waren fast alles Wählerinnen und Wähler der Republikaner. So waren dann auch die Fragen. Und die Funktionäre sagten nichts, die standen nur am Rande. Und dann machte ich eine Sache, nämlich die. Und sagte, also gut, jetzt komme ich Ihnen ein Stück entgegen und dann habe ich am Schluss eine Frage. Also mal angenommen, ab nächsten Montag hätten wir keine einzige Ausländerin und keinen einzigen Ausländer mehr in Deutschland. Beifall sofort. Sachte ich, ich lasse jetzt mal weg, dass dann unser Wirtschafts- und Sozialsystem zusammenbreche, das lasse ich mal weg und sage, ja, Sie haben recht, wir hätten dann tatsächlich eine Milliarde Mark damals mehr. Wieder ein Beifall. Da dachte ich, jetzt kommt meine Frage, wie kommen Sie darauf, dass Sie von dieser Milliarde auch nur eine Mark abbekommen? Das würde mich interessieren. Also ich vielleicht, es könnte sein, dass wir dann die Diäten erhöhen, aber wie kommen Sie darauf, dass Sie davon was abbekommen? Der ganze Saal brach zusammen. Verstehen Sie, ich habe Ihnen gesagt, ihr guckt zur Seite, ihr glaubt ernsthaft, wenn es weniger Ärmere gibt, geht es den übrigen Armen besser. So ist der Bundestag nicht gestrickt. Der gibt euch deshalb nicht mehr. Das ist ein Irrtum, das fließt ganz woanders hin. Also habe ich Ihnen dann gesagt, wenn ihr nicht nach oben schaut, wenn ihr nicht die Verhältnisse zwischen oben und unten, zwischen reich und arm verändert, werdet ihr eure Situation niemals verändern. Und deshalb dürft ihr euch nicht verleiten lassen, gegen eure ausländischen Nachbarinnen und Nachbarn vorzugehen. Das, abgesehen davon, dass es inhuman ist und vieles andere, es nutzt euch auch gar nichts. So und da bekamen die Funktionäre mit, dass diese Frage ihnen ihre Rolle kosten könnte. Und dann wurden die aggressiv, dann gingen die ans Mikro und ich war da alleine mit einem Fahrer vom Bundestag und der sagte dann zu mir, Herr Gysi, meinen Sie nicht doch, dass wir jetzt eine Mücke machen sollten? Und dann haben wir beide eine Mücke gemacht. Aber das werde ich nicht vergessen und das ist es. Okay, dann kommen wir schon auf die nächste Seite. Ja, jetzt kommt ein sehr obszöner Vergleich. Ich möchte mich jetzt schon wahrscheinlich auch im Namen von KJZ dafür entschuldigen, aber bitte lese, diese Zeile müssen Sie uns jetzt vorlesen, bitte Herr Gysi. Ich soll euren Schweinkram hier auch noch vorlesen, Moment. Ich muss dich erstmal einmal sozusagen leise vor mich hin lesen. Also, ihr könnt im Wahllokal ankreuzen, wer den Puff besitzt. Es bleiben immer die gleichen Freier, denen ihr einlutschen müsst. Denkt ihr, die Flüchtlinge sind in Partyboote gestiegen, mit dem großen Traum im Park mit Drogen zu dealen? Also, das ist nicht ganz richtig, aber fast. Also, und zwar, dass natürlich sich die Struktur der Bundesrepublik Deutschland durch eine Wahl nicht verändert. Dann sonst wären sie auch verboten. Aber, und dass ja auch die Politik von SPD und Union sich ähnelt. Ich sage nicht identisch ist, aber sich ähnelt. Und das gilt ja auch für die Grünen und das gilt auch für die FDP. Es gilt zumindest noch, ich hoffe, dass das so bleibt, nicht für uns. Deshalb ist es doch ein Unterschied, wen man wählt. Aber ich sage Ihnen, worauf es wirklich ankommt, abgesehen jetzt natürlich von uns. Zeichen setzen. Zeitgeist verändern. Ich kann mich an den neoliberalen Zeitgeist erinnern. Es war furchtbar. Die Worte soziale Gerichtigkeit klangen so, als ob du von vor 200 Jahren übrig geblieben bist und nichts begriffen hast, etc. Inzwischen kann man die soziale Frage wieder ganz anders diskutieren. Als ich ein Kind war, wurden erwachsene Männer, die sexuelle Beziehungen zueinander eingegangen, eingesperrt. Jetzt stehen wir kurz vor der Eheschließung. Die Mehrheit des katholisch geprägten irischen Volkes war dafür. Jetzt hat eine Mehrheit des obersten Gerichts der USA entschieden, dass diese Ehe genehmigt werden muss. Also das dürft ihr auch alles nicht unterschätzen. Und Wahlen bringen immer eine Stimmung zum Ausdruck. Das ist das Wichtigste. Entweder sagen die Leute, sie sind im Kern zufrieden, so wie es ist, oder sie sagen, sie wollen eine Veränderung. Und deshalb kommt noch lange nicht sofort die Veränderung. Aber darauf nehmen dann Medien Rücksicht. Darauf nehmen dann Theater Rücksicht. Darauf nimmt der Film Rücksicht. Darauf nimmt auch die Wissenschaft Rücksicht. Das heißt, die Bedeutung ist nicht so sehr die Prozentsahl A oder B, sondern welche Stimmung aus der Bevölkerung damit zum Ausdruck gebracht wird oder nicht. Außerdem müssen wir natürlich Wahlen attraktiver machen und das geht nicht, wie das bisher ist. Deshalb bin ich auch für die Änderung des Wahlrechts. Aber das würde Sie jetzt langweilen, wenn ich das lange sage. Zum Beispiel bin ich dafür, dass wir jede Bundestagswahl mit Volksentscheiden verbinden. Das habe ich schon gehört, das haben Sie ja im Bundestag vorgeschlagen, das habe ich gesehen. Das fand ich auch eine sehr, sehr gute Idee, also ein paar mehr Volksentscheide mit einzubringen. Ja, und zwar, wissen Sie, ich will nicht nur Volksentscheide, weil ich möchte keinen Minderheitenschutz über Volksentscheide. Da traue ich dem Parlament eher. Aber so andere Fragen, zum Beispiel Abzucht der Bundeswehr aus Afghanistan damals oder sowas, das hätte ich gerne durch Volksentscheid entschieden. Da hätte ich auch gewusst, wie das ausgegangen wäre. Die anderen natürlich auch, schon deshalb haben sie es ja nicht gewollt. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, weil wir stellen ja immer nur fest, die Wahlbeteiligung wird immer geringer, immer geringer und dann jammern wir eine Viertelstunde und dann ist das Thema erledigt. Und jetzt denken Sie über längere Öffnungszeiten, das ist alles Quark. Also das bringt nichts, sondern du musst den Charakter verändern. Ich bin für zwei Änderungen. Erstens, heute haben Sie eine Erststimme, da können Sie einen Direktkandidaten ankreuzen. Wohnt einer von Ihnen in Treptow-Köpeneck? Nein, dann kann ich keine Wahlwerbung für mich machen. Dann haben Sie ein weiteres Kreuz für die Liste einer Partei. Und ich möchte, dass Sie dann auf der Liste noch drei Kreuze machen müssen. Ganz wichtig, ich will Ihnen auch sagen, warum. Heute sind die Abgeordneten immer abhängig von ihren Landesverbänden. Wenn der Landesverband mit dir zufrieden ist, kriegst du Listen, Platz zwei oder drei und bist auf jeden Fall im Bundestag. Und wenn er ganz unzufrieden ist, fliegst du raus. Dann stellen sie sich gar nicht auf. Oder sie geben dir Platz 36, bist du natürlich auch nicht drin. Das ist völlig klar. Und wenn wir die Wählerinnen und Wähler verpflichten würden, noch mal drei Personen auf der Liste anzukreuzen, dann müsste sie sich einzeln mit den Leuten beschäftigen. Und der Vorteil wäre eine doppelte Unterstellung des Abgeordneten. Er muss seiner Partei so nahe bleiben, dass er auf die Liste kommt. Und er muss den Bürgerinnen und Bürgern so nahe sein, dass sie ihn noch rankreuzen. Sonst nutzt ihm seine Anwesenheit auf der Liste nichts, wenn er dann rausfliegt. Und mit den Flüchtlingen würde ich nur sagen, das ist doch natürlich völlig klar. Eine stark bebilderte Zeitung hat da ein Bild entworfen. Verstehen Sie, das ist überhaupt nicht mehr hinnehmbar. Auch von den Griechen ein Bild entworfen, das ist alles nicht mehr hinnehmbar. Aber sowas kotzt mich wirklich an. Da muss ich auch immer gleich hinfallen. Ja, ich habe noch zwei kleine Fragen. Und erstens, gerade als Berliner ist es ja schon, ich weiß nicht, ob Sie sich jetzt im Görlitzer Park ab und zu rumtreiben am Wochenende, aber ich finde, wenn man das so sieht, es ist wirklich, also, wie kann es sein, was glauben Sie, wie können Sie sich das erklären, dass es Menschen in Deutschland gibt, die neidisch auf irgendwie fünf Sterne Asylantenheime sind und da den Leuten sonst was unterstellen, wenn man das sieht, wie die Menschen da irgendwie nachts die Drogen verkaufen und keinen Schlafplatz haben und irgendwie auch ein bisschen ratlos jetzt in ihrem gelobten Deutschland stehen. Also abstrakte Ängste treiben die Menschen am meisten. Es ist ja kein Zufall, dass im Bezirk Kreuzberg die Republikaner und andere rechtsextreme Parteien chancenlos waren und in den Bezirken, in denen es kaum Muslime, kaum Ausländerinnen und Ausländer gibt, da waren sie stark. Es sind immer abstrakte Ängste. Übrigens, auch wenn wir an Pegida denken, in Dresden. Wollen wir mal erzählen, wie viele Ausländerinnen und Ausländer in Dresden wohnen? Verschwindend geringer. Das brauchte ich aber auch eine Weile, bis ich das begriffen habe, dass abstrakte Ängste viel schlimmer sind als andere. Und dann bildest du dir alles Mögliche ein, dass die da in Saus und Rausch leben, was natürlich alles Quark ist. Ich habe gerade in meinem Wahlkreis jetzt drei solche Lager besucht. Ich weiß, wie die dort untergebracht sind. Und es gibt übrigens, erzähle ich Ihnen gleich noch zum Teil so eine merkwürdige Logik. Also mit anderen Worten, was hilft dagegen? Das Erste ist, dass die Leute es sich ansehen. Wir laden immer ein. Wir sagen immer zu den Bürgerinnen und Bürgern, kommt rein, schaut euch das an. Schaut euch genau an, wie die Leute leben. Und dann erzählt mir nochmal, dass die hier in Reichtum schwelgen etc. Das Zweite ist, wir machen vieles zusammen. Wir haben jetzt ein Fest organisiert. Da haben wir alle Bewohnerinnen und Bewohner eingeladen und auch die aus dem Heim. Und da haben sie sich plötzlich gut verstanden. Und dann kannst du da also was hinbekommen. Ich glaube, so etwas müssen wir alles machen. Das ist ganz wichtig. Aber wissen Sie, es gibt immer diese vereinfachte Haltung. Deshalb habe ich es ja geschildert, die Vorstellung. Wissen Sie, die, die da demonstrieren, sind ja gar nicht die wirklich Armen. Sondern das sind Leute, die Angst haben, arm zu werden. Und diese abstrakte Angst treibt sie. Und sie denken, wenn es wenige Arme gibt, ist die Gefahr für sie geringer. Was wieder Quatsch ist, weil sie nicht nach oben schauen. Aber die Auseinandersetzung mit einem Herrn Ackermann ist natürlich schwieriger, als die Auseinandersetzung mit einem Asylbewerber. Und dann suchst du dir den Asylbewerber, zumal du glaubst, viele denken so, Medien denken auch so, während Ackermann eben stark geschützt ist. Okay, jetzt meine allerletzte Frage. Wieso kommen wir... Dass es nichts Allerletztes gibt. Also wenn etwas das Letzte ist, dann ist es das Letzte. Was soll denn nach dem Letzten noch kommen? Das Allerletzte und dann das Allerallerletzte. Also das Allerallerallerletzte. Was ich fragen möchte, wieso kommen junge Menschen so schwer in ihre ganzen Gruppen mit rein im Bundestag? Wieso gibt es nicht mehr junge Menschen, die vorne stehen dürfen, auch in Parteien, jetzt nicht unbedingt in Spaßparteien oder in Parteien, die irgendwie gerade in der Ausprobierungsphase sind. Und auch bei großen Parteien sind es nie junge Menschen, richtig junge Menschen. Nur in Ausnahmefällen. Ausnahmen gibt es immer. Ja, wir hatten auch mal die jüngste Abgeordnete des Bundestages. Jetzt gibt es auch mal ein paar jüngere oder ein, zwei bei den anderen. Aber das ist doch ganz klar, woran das liegt, weil wir alten Festkrallen. Das ist doch logisch. Sonst müssten wir doch Platz machen für die Jungen. Und das machen wir doch ungern. Aber wenn man die Jungen jetzt nicht als die Nachfolge ansieht, sondern eher als den frischen Wind, die einfach frische Ideen dazugeben und vielleicht nur beraten, vielleicht auch, dass es populärer wird, irgendwie ein freiwilliges, soziales Jahr im Bundestag, in der Politik zu machen und mitzuwirken. Also ich war sehr erschüttert von dem Angela Merkel-Interview mit LeFloid. Wir werden oft so hingestellt, als wären wir alle nicht an Politik interessiert. Und als wäre müsste man den kleinen Mal erklären, wie es funktioniert. Aber ich verstehe das nicht, wieso man junge Menschen nicht auch als Berater holen kann, weil sie sind ein Stück weit Berater für die junge Generation. Ich hatte ja versucht, humorvoll zu antworten. Also wenn wir es ernsthaft besprechen, natürlich ohne die nächste Generation haben wir selbst keine Zukunft. Das wird ja völlig unzureichend von den Linken begriffen. Wenn die Jungen nicht ordentlich arbeiten etc., gibt es weder unsere Renten noch was anderes. Also wir sind außerdem auf neue Ideen angewiesen. Der demokratische Wechsel ist auch deshalb so wichtig, weil irgendwann sind deine Ideen aufgebraucht. Und wenn da nicht mal eine andere Sicht kommt durch die Jugend, hat das keinen Sinn. Wenn ich es entscheiden durfte, würde ich sagen, ich möchte schon einen Anteil von wenigsten 10 Prozent der Abgeordneten, es wären immerhin über 60, die vor meinetwegen zwischen 18 und 20 Jahren sind, wenn sie in den Bundestag kommen. Allerdings mit einem Hinweis nach vier oder spätestens nach acht Jahren müssen sie wieder raus. Ich meine, müssen natürlich nicht. Ich kenne das Wahlrecht. Aber ich sage, sollten sie wieder rausgehen und müssen einen anderen Beruf ausüben. Wiederum mindestens acht bis zehn Jahre. Und dann können sie wiederkommen. Was schlimm ist, ist, wenn jemand mit 19 in den Bundestag kommt und bis zur Rente daran bleibt. Weil dann, verstehen Sie, dann glaubt er, dass die Drucksachen des Bundestages wirklich das Leben widerspiegeln. Und irgendwann sieht er aus wie eine Drucksache des Bundestages. Also wenn man das verhindern will, dann muss man zwischendurch einen anderen Beruf ausgeübt haben. Also meine Traumvorstellung wäre, zehn Prozent richtig junge Leute, die können dann auch ganz anders agieren, die müssen auch mal frech sein und so weiter, gehört alles dazu. Aber spätestens nach acht Jahren, oder wenn wir eine Legislaturperiode von fünf Jahren bekämen, also spätestens nach zehn Jahren, müssten sie wieder raus. Zehn Jahre was ganz anderes machen. Wieder das Leben ganz anders kennenlernen. Und dann können sie, wenn sie wollen, gerne wieder zurückkommen. Aber dazu müsste man die Strukturen öffnen. Das ist ja schwer in den Parteien. Sie wissen doch, wie da alles festgezurrt ist, wieder gehandelt und paktiert wird, ob da ein Mandat. Ich weiß noch ganz genau, wie ich mal zu einem Landesverband ging, zum Landesvorstand, viele Jahre her, und da habe ich gesagt, ich habe überhaupt nicht eine einzige Gesundheitspolitikerin, nicht einen einzigen Gesundheitspolitikerin, wer hat keinen Weg, der hinschicken soll. Könnt ihr nicht die Ärztin X oder den Arzt Y da aufstellen? Und wie gesagt, nun wäre man nicht komisch, wir entscheiden hier selber, wie wir aufstellen und so weiter. Ich hatte gar keine Chance. Und dann habe ich eine sehr nette Frau, die war Olympiasiegerin im Sperrwurf, dann zur gesundheitspolitischen Sprechung gemacht. Die musste sich dann voll einarbeiten, hat sie dann auch gemacht. Aber deshalb sage ich, die Strukturen, da müsste die Parteien ein bisschen verändern. Wenn man sie verändern will, müsst ihr geschlossen reingehen. Dann müsste er Folgendes machen, dann müssen sie so 50 zusammennehmen, und die treten gleichzeitig ein. Dann haben sie erst mal schon die Mehrheit. Und dann die Strukturen verändern. Das müsst ihr ein bisschen organisieren. Aber da wäre der Bundestag mit Ihnen und dann noch ganz vielen frechen Jugendlichen wahrscheinlich auch ein bisschen überfordert, oder Herr Gysi? Na und? Dann ist er eben ein bisschen überfordert. Das schaut doch nichts, oder? Wenn man sich die Texte so jetzt ansieht, könnten sie ja eigentlich auch ein Parteiprogramm von Ihnen sein, wenn man jetzt mal die Ausdrücke und so abzieht. Das müssen wir uns hier ein bisschen anders ausdrücken, müssen wir uns dann schon, sonst würden meine älteren Mitglieder zusammenbrechen. Das geht ja nicht. Okay, aber von den Grundsätzen her schon. Glauben Sie, dass die Menschen sich derer Unterhaltung wegen anhören oder schon auch politikinteressierte Menschen sind, also die sich mit diesen Themen auseinandersetzen? Das ist der Spiegel der Gesellschaft, der Junggesellschaft. Also ich gehe immer von folgendem aus, Texte haben etwas sowohl mit der Gefühlsstruktur als auch mit dem Verstand von Leuten zu tun. Wenn die Texte überhaupt nicht ankämen, würde die Band, darf ich noch Band sagen? Ja, gut. Also würde die Band ja solche Texte nicht wählen, sondern sie macht das erstens, weil es der eigenen Überzeugung entspricht, aber zweitens, weil sie damit auch ankommt. Der ganze Satz, dass die Jugend politisch desinteressiert ist, ist falsch. Natürlich gibt es Desinteressierte, aber die gibt es in jeder Generation. Der Punkt ist doch ein anderer. Wir machen auf eine Art und Weise Politik, dass sich die jungen Leute deshalb davon abgestoßen fühlen. Und das kommt hier höchstpolitisch zum Ausdruck. Und gerne sagen wir, wenn man so über Politik redet, dass man dann Politik an sich nicht mag. Das ist Quatsch. Die wollen nur nicht diese Politik. Darf ich Ihnen eine Sache nennen? Ein Facebook-Eintrag von gestern von mir. Das ist ja wirklich interessant, weil es auch so viele, so, wie sagt man dann? Hallo? Kommentar. Alexander? Ja. Also die, die sich, also Verteiler ist ganz groß, aber auch die Leute, die sich das angelesen haben. Ist ja nur ganz kurz. gestern kam also heraus, durch ein Institut, das Deutschland an der gesamten Euro-Krise und auch an Griechenland verdient hat, und zwar 100 Milliarden Euro. Wir sind der größte Verdiener an der Krise. Und zweitens kam jetzt heraus, dass wir im ersten Halbjahr 2015 schon so viel Waffenexport hatten und verkauft haben, Waffen, wie im gesamten Jahr 2014. Und da stelle ich die Frage, kann ein Land sich gut entwickeln, das von Kriegen und Krisen lebt? Und diese Frage stellen sich diese jungen Leute auch. Das ist höchst politisch. Aber sie wenden sich davon ab, weil sie es nicht gut finden, dass Politik auf diese Art und Weise gemacht wird. Also sollten sie sich in Zukunft mehr an ihre Partei wenden, wenn überhaupt? Naja, nicht wenn überhaupt. Erst sollten sie sich sowieso mehr an meine Partei wenden, schon damit auch die vernünftiger wird. Verstehen Sie? Da brauchen wir auch die neue Generation. Die muss uns ja auch ein bisschen Druck machen. Die müssen solche Typen wie mich ein bisschen jagen. Verstehen Sie? Und da muss man dann auch reingehen, um zu jagen. Ich bedanke mich für ein sehr nettes Interview und hoffe, es war noch nicht das allerletzte Interview, das wir zusammen hatten. Das hoffe ich auch. Okay. Danke. Danke. Vielen Dank.